Servus und hallo, sage ich immer so gerne zu Beginn meiner Beiträge. Mein Name ist Felix Kuvert, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Augsburg. Es gebührt sich, wenn man als Neuer in die Runde kommt, dass man kurz ein paar Takte zu sich sagt. Los geht's mit einem Beitrag zur Blattjagd mit Hubert Weikardt. Gute Dinge, dass wir heute auch nochmal erfolgreich sind. Guter Start. Das ist Blattjagd. Bis zum nächsten Beitrag, wünsche ich euch alles Gute, lasst es euch gut gehen und weiß man's heil.